herzlich willkommen liebe freunde hier bei einer weiteren runde minecraft in einem irgendwo also wo sind wir jetzt im maisfeld okay alles klar auch gott das sind alles bäume schlagen das war nicht nett das war wieder nicht nett kommende box was ist doch hier der flash tunnel p der geht mir auf die eier und tschüss so guck mal hier kann man vielleicht ein bisschen stück runter was essen kann ich nicht essen hast du gut gemacht nein ich bin tot ach und der der dings kirchen lp ist auch tot ja es gibt es was schönes wieder geschlagen aber das hat wir getan das war jetzt nicht so gut mein freund das war auch nicht so klug wo geht es denn jetzt hier weiter wo geht es denn hier weiter ich habe keine ahnung die nase gefallen ich bin jetzt gleich ein check check pack kräften dann fliege damit im check 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 pack runter das ist ein fall schaden gestorben ein du bist glatt sechs okay noch mal dass das krieger besser lobby lobby 12 12 scheiße schon mal in die andere eine von 12 eine von 12 ja das fühlt sich schon das geht schon das wird was das das kommt richtig gut hier ob es da gibt es da und hopster ach da ist er ja der mistig hast du mal gesehen ich weiß nicht kennst du umge klar kennt er umge hast du mal gesehen wenn der offen auf dem server scheint wenn es so ein live stream machen der joint auf dem server und der public ist ja hast du mal gesehen wie sich die trauben dann so bilden um ihn herum ich finde das ist so niedlich aber echt ist die schlimmer als hier ist hier der 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 wie heißt der der babyface mister armani ich mache jetzt fotos wie kevin klein ach der bieber das kommt mir etwas so wie die das ist richtig krass das wird richtig übel ich bin ganz nach unten gekommen aber es hat nicht gegolten gilt alter wo geht es denn hier was miranda den sie wieder lernen wir fangen weg 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 auch scheiße tot jetzt fliege ich komplett runter ich frage mich ob es unten vielleicht irgendwo so eine eine pfütze eine pfütze die pfütze aller pfützen überlebe ich das ja das habe ich überlebt das ist aber viel gekostet das überlebe ich nicht da blinken solche blöcke ich habe keine ahnung wie du hier und da fliegt einer wieder ganz runter ach komm ich mach das auch noch mal das war lustig nein 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 das geht auch nicht okay jetzt habe ich die schnauze voll irgendwo hier müsste es doch los gehen für runter okay das haben wir überliebt herzen aufbauen herzen auf ich will zum disco block gehen ich will wissen was er macht jetzt habe ich mich auch schon gefragt was der disco block macht ist aufgeklatscht hat sich das bein gebrochen ok 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 wie komme ich jetzt von hier weg scheiße scheiße mama ich sitze da gesagt kann so nein möchte ich das überleben das könnte ich das könnte ganz ganz haar scharf werden das könnte ich überleben aber nur vielleicht 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 von dahin besser hingeflogen ach darüber wäre ah darüber wäre besser gewesen nein warum bin ich da nicht drüber gesprungen oh oh jetzt habe ich was gesehen nein ach verdammt ok aber ich habe rausgefunden wo es am besten geht dann nochmal da gehen wir wieder hin ja das war eigentlich ziemlich gut voll wo es aber hingespült ja von dem zu dem dann von dem zu dem ok dann von dem hier zu dem und von hier dahin von hier dahin und von hier dorthin und dann von dem dahin und da und wenn ich da runter gehe komme ich dann komme ich dann komme ich dann rüber ja aber geht ich rüber ok 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 das ist jetzt gar nicht mehr so schlecht so sonst macht heile welt los machen wir wieder nein scheiße verdammt aber das das war nicht schlecht der anfang da war gar nicht mal zucker zucker wer hat denn diese eiswelt ausgewählt hier was war denn das für ein arsch keine ahnung ok das war auch nichts ok wir gehen wieder den gleichen weg der war wirklich nicht schlecht muss ich wirklich sagen nein komm schon komm schon komm schon das war richtig kacke ich bin eigentlich schon ziemlich weit gekommen aber immer so auf die letzten Meter gehe ich auf die fresse aber ich fand den weg hier nein ach du bist ja auch schon wieder weit ne ja oh nein 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 ok ja und von hier geht es nach da und von da geht es nach da und von hier geht es nach das war knapp so 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 ach nee jetzt bin ich falsch nein ich bin falsch scheiße jetzt bin ich falsch abgebogen wieso tue ich denn das scheiße das wird nichts Leute bei mir aber das macht ich bin